ankommen und der inneren stimme folgen den kopf frei für die schönen dinge mit dem digitalen urlaubsbegleiter bereite ich meine reise zu hause vor oder ich entscheide mich spontan egal was ich unternehmen möchte meins macht es mir leicht so geht urlaub ganz entspannt einfach nach lust und laune aussuchen was ehrlich berührt veranstaltungen finden und zum erlebnis machen mit der integrierten gästekarte in den kurpark hier kann ich durchatmen denn urlaub bedeutet leichtigkeit meine zeit um abzutauchen heute nur das was mir freude macht tolle geschäfte und ein leckeres stück kuchen oder entspannung an den schönsten orten in bad salz uffle ich habe so viele möglichkeiten meinen tag zu gestalten kann neues ausprobieren und spontan sein als entdeckerin erkunde ich den zauber der stadt mit ihren freundlichen menschen und besonderen ecken das ist das herz meines urlaubs die großen und kleinen glücksmomente gefunden mit meins ich koste jede sekunde aus und freue mich schon aufs nächste mal und du worauf wartest du noch urlaub in bad salz ufflen geht jetzt noch leichter mit meins bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020